So Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit mir und Lufo. Ich gehe gerade mal gucken, ob ich hier irgendwo ein bisschen Seegras bekommen kann. Geht das mit der Spitzhacke? Ne, ne? Schade. Ah, ich hätte gerne die Schildkröten hier ein bisschen zum Knattern gebracht, weil Schildkröten-Eier sind schon geil zu haben, weil dann kann man auch eine Schildkröten-Farm anfangen. Aber gut, das ist dann fürs nächste Mal noch da. Ich sollte hier demnächst meinen Perimeter hier finden können, oder? Irgendwo hier sollte das... Ja, da ist es. Sehr gut. Die Sonne steht nicht mehr so hoch am Himmel gerade. Aber wir sollten jetzt eigentlich das meiste haben. Der Conduit ist auch noch hier unten drunter. So. Da kann ich auch noch eine von mitnehmen. Das kann nicht schaden. So, ich glaube, das sollte alles sein. Ich nehme gerade mal das mit, falls ich irgendwas erleuchten muss. Und die Workbench... Ja, komm, die Workbench nehme ich auch noch mal mit, genauso wie dich. So, du kannst hierbleiben. Ja, gut. Okay. Und dann können wir hier anfangen und unsere... Unsere Gedingse errichten hier. So. Ich setze mal gerade hier die ganzen Schalke aus. So. Und das Bett. Ah, shit. Okay. Egal. Äh, was wollte ich machen? Ähm. Nee, hier war's. Okay. Wobei, ich kann erst mal nur eins machen, ne? Habe ich hier noch die Kohle? Da ist die Kohle. Gut. Grüne Farbe brennen. Dann gehen wir gerade mal ins Bett. Und dann, ähm... Gucken wir mal. Oh, da vorne sind wieder Blöcke, die da vorhin noch nicht waren. Das sind wahrscheinlich die... die Geisterblöcke. So, gut. Okay. Das heißt, jetzt will ich hier irgendwie die Mitte finden. Ich glaube... Die Mitte kann man relativ gut finden anhand von diesen Dingern hier. Ja. Okay, es sind hier... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, das heißt, das hier ist die Mitte. Wenn ich von hier aus... Ich laufe einfach mal hier gerade den Block entlang. Und dann sollte hier irgendwo auch die Mitte sein. Ich setze einfach mal hier zwei... zwei hin. Und dann gucken wir mal, wo von hier aus die Mitte ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Das heißt, die Mitte hier sollte... hier und hier sein. Ah, okay. Eins weiter rüber. Huch. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt hier, oder? Na, komm schon. Ich weiß, dass du es kannst. Geht doch. So, das heißt, die Mitte ist jetzt hier. Okay. Scheiße, jetzt muss ich mich nur erinnern, wie der das gemacht hat in seinem Ding. Was war der Abstand zwischen den Teilen? Ich muss mal kurz ein bisschen Glas holen gerade. Mal überlegen, wo ich das Glas hin habe. Hier. Wir machen das mal aus Leimgrünem Glas gerade. So, hier ist der Fallschacht, wo die Kollegen von Guardium, Guardium, von Guardian nach unten fallen. So, jetzt ist das Ding... Das Ding ist jetzt, hier muss jetzt auf jeder Seite ein Tank hin. Ich glaube, es war zwei Abstand, ne? Hier ist der Tank, die Wand und dann... Oh, das ist drei von der Wand fallen die in das Loch. Moment, ich muss mal gerade probieren hier. Das heißt, wenn der Tank hier wäre, dann fallen die in den Trichter. In dem Trichter werden die in die Mitte gedrückt und dann nach da. Ja, ich glaube, so stimmt. Okay. Das heißt, hier muss dann eins... Das hier sind vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und die Mitte sollte eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr gut, okay. Das heißt... Das Ding sollte aber eigentlich dann nur... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, dann sollte es innen drinne am Ende sieben mal zehn sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr gut. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, sehr gut. Und hier können dann die Ecken auch wieder rausgenommen werden. So. Und das muss ich jetzt, äh, nach oben bauen. Ziemlich weit sogar. Das ist das Problem an der Sache, weil ich wahrscheinlich nicht genug, nicht genug Glas in der richtigen Farbe hab. Uh, da war die Kohle leer. So. Hm, 30 grüne Farbe. Ja, ich weiß nicht, ob das reicht, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. So, äh, Lime-Grün. Und dann muss ich bis Ebene 59 hoch. Mit dem Glas. Oder? Ja, genau, stimmt. So, dann gucken wir mal gerade. Oh, Mann, ey. So, wo sieht man nochmal, wo, wo der Block ist, wo ich hingucke? Looking, facing north, negative. Wo sieht man nochmal, auf welchen Block man gerade guckt? Looking at Block, hier. Okay, 54, 56, 57, 58, 59. Bis dahin können sie spawnen und dann muss oben drüber muss noch ein, ein Wasser. Oder ein Luft, meine ich. So. Gut. Das heißt, ich bastel das jetzt alles hier zusammen gerade mal. So. So. Ja. Das ist ja mega spannend hier. So, äh, machen wir gerade mal hier ein bisschen Platz im Inventar. So. Und der Punkt ist jetzt am Ende, diese Tanks werden dann mit Wasser gefüllt. Und auf den Boden kommt Soul Sand. Und dadurch wird, wenn, äh, das Wasser volle Blöcke sind, äh, wird, wird der Soul Sand, äh, dann alles, was im Wasser ist, nach oben drücken. Das heißt, alle Guardians, die hier drin ist, spawnen, werden dann nach oben gedrückt, nach drüben geschoben und in diese Fallrohr-artige Konstruktion hier rein. Und dann muss ich nur gucken, wie tief die fallen. Ich glaube, es sind, sind es 43 Blöcke? Ne, das sind Endermen, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Guardians haben 15 ganze Herzen. Das heißt, 30 leben. Und die verlieren einen pro Fall. Ne, wie war, wie war das nochmal? Ich glaube, man kann irgendwie drei Blöcke fallen, ohne Schaden zu nehmen und ab dann ein halbes Herz pro Block oder sowas, ne? Ne, das kann aber auch nicht stimmen. Dann hätten wir über 60 Blöcke fallen können. Hm. Ist ja auch egal. Wir können es ja einfach ausprobieren. Wir haben ja Unsichtbarkeits-Potions. Von daher kann ich ja einfach gucken. Und dann müssen wir natürlich auch noch die Höhlen in der Nähe ausleuchten, dass die ganze Mob-Cap von den Guardians aufgenommen werden kann. So. Und ihr seht, wie viel Glas hierfür drauf geht. Deswegen sollte ich wahrscheinlich auch noch mal mehr hier in den Ofen werfen gerade. So. Gut. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Ich muss mich konzentrieren, um nicht falsch zu drücken. Ich brauche mehr Kohle. So. Gut. Gut. Ich glaube doch, das mit der Farbe könnte doch hinkommen, ne? So. Ah, wobei. Vielleicht auch nicht. Äh... Da, 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 da... Hier. Ja, doch. Sollte reichen mit der Farbe, oder? Eigentlich schon. Okay, jetzt kommt, jetzt kommt der, der schwere Part, und zwar oben auf dem Tank zu landen. Okay, ich wollte auch mal gerade gucken hier. Sea-Level sollte ja 63 sein, oder? Wobei, ich kann ja einfach so machen. Looking at... War nochmal looking at... Ich habe doch gerade danach gesucht und es nicht gefunden. Äh... Bin ich blöd? Oder looking at gibt es jetzt... Ach doch, gab es nicht, weil ich zu weit weg war. Looking at 59. Okay. Ja, doch, kann hinkommen mit 63. Okay. So, dann sollte ich pennen gehen. Nein. Komm schon. Gut. Vielleicht hätte ich auch einen Autoschmelter bauen sollen, hä? Einen Autoschmelter. Einen automatischen Schmelzer, dass, äh... Dass immer Glas nachgelegt wird. Oh Gott, das war scheiße. Das kann wohl nicht wahr sein, oder? Das ist auch so mega schwer, weil man halt keinen Freelook hat oder sowas. Das heißt, das heißt, man kann auch nicht, man kann auch nicht wirklich um sich rumgucken. Oh Gott, okay. Man kann auch nicht wirklich um sich rumgucken, wenn man fliegt. Aber ich muss dann... Aber ich muss dann... Muss ich das... Das Beacon muss ich dann weg machen. Aber ich kann es ja unten wieder hinstellen, da. Das war ja auch mehr Glück als Verstand, dass das jetzt gereicht hat, für an dem Beacon hier vorbeizukommen, hier. So. Da ist der erste Tank im Prinzip fertig. Da muss dann nur noch ein Dach drauf und Wasser rein. Okay, äh... Was muss ich machen? Ja, ich muss es abreißen. Okay. Das heißt, ich nutze jetzt noch den Haste-Effekt, solange ich kann, um hier das Eisen abzureißen. Nein! Haja, wieso war er gerade weg und jetzt ist er wieder da? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Hm. Oder ist nur noch Haste-Eins? Ja, ist nur noch Haste-Eins. Okay. Ich finde, das Beacon klingt so mega geil. So. Dann kommst du bitte mal mit gerade, Mr. Beacon. Die Eisenblöcke kann ich dann unten wieder relativ gut einsammeln. Und dann, ich glaube, ich baue das Beacon aber nicht direkt wieder hin, weil ich denke, dass ich, äh, dass ich erst mal gucken möchte, wie, wie das am Ende wird. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich, wobei doch, ich brauche es schon wieder, ne, um dann den Tunnel zu graben. Aber die Frage ist, ob ich das Beacon direkt hin stelle. Weil ich meine, ich muss ja erst mal wissen, wo ich den Tunnel hingraben will. Und die vier Blöcke, die ich brauche, um hier gerade nach unten zu graben, sind eh egal erst mal. Von daher. Hm. Mal gucken. So. Sammeln wir gerade mal die Eisenblöcke wieder auf. Weil die sind mir dann doch ein bisschen zu kostbar, um die spawnen zu lassen. Okay, man braucht 2x64 plus 36 für ein Biegen. Das ist gut zu wissen. Aber ich kann es mir wahrscheinlich sowieso nicht merken, weil ich glaube nämlich, dass ich schon mal nachgerechnet habe, wie viel ich brauche. Nein, du kommst mit. So, äh, zack und zack und zack. Zack und zack und zack und zack und zack und zack. So, grüne Farbe. Ich glaube, ich sollte mehr, mehr brennen lassen, oder? Wieso habe ich nicht genug, um grünes Glas zu machen? So, ich lasse mal gerade doch noch ein paar Kakteen erbrennen. Kaktusse. So. Ich höre hier einen Drowned. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich auch das Meer erleuchten. Um ganz genau zu nehmen hier. So. Und das Grüne habe ich übrigens gemacht, weil ich es irgendwie scheiße finde, die gleiche Farbe für hier außenrum wie für innen drinne zu haben. Deswegen habe ich das Grün hier genommen. So, jetzt sollten wir hier auf Höhe... Looking at 59. Sehr gut. Gut. Dann hier nochmal genau das Gleiche. Das sind immer die Sachen, die mir dann irgendwie ein bisschen auf den Sack gehen hier. Mit Blöcke platzieren und sowas. Vor allem, wenn es so mega hoch ist und man halt darauf warten muss, dass die Blöcke fertig werden, ist halt immer irgendwie ein bisschen... Neh. Aber okay. Ich meine, wie gesagt, ich... Nachdem ich jetzt hier diese riesige Loch gemacht habe und so weiter, sollte... Sollte ich jetzt eigentlich kein Problem mehr haben, da auch noch Glas rein zu platzieren, ne? Weil eigentlich ist mir... Das, was mir das Loch am Ende bringt, ja hundertprozentig wert, hier das Ganze zu bauen. Und ich erwähne das die ganze Zeit wieder, dass ich es nicht vergesse, dass es mir das wert ist. Ich glaube, ich muss auch bald wieder neuen Sand reinwerfen in die ganzen Öfen. Sie brennen momentan noch. Das Ding ist, ich versuche mit der Kohle halt gerade noch so ein bisschen zu haushalten. Dass ich nicht viel zu viel Kohle verbrauche hier. Weil ich keinen Bock habe, jetzt noch Kohle abzubauen eigentlich. Weil ich habe ja Kohle dabei, aber das sind halt nur diese... Diese Erzbrocken. Aber wahrscheinlich muss ich das trotzdem machen. So. Gut, mehr Sand. Oh, das war nicht ganz richtig. So. Werfen einfach mal ein bisschen Sand drauf gerade. Ich nehme nochmal das Glas mit, das habe ich gerade vergessen. Ich glaube, ich muss die Kohleärzdinger abbauen. Das hier sieht mir nicht nach genug aus. Nicht mal ansatzweise, ne. So. Und... Eine Runde fliegen. Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, wie viel Glas dann das hier ist. Wobei, ich habe das Glas ja theoretisch, weil ich das Glas auf die Innenseite platziere. Und der Sand ja da ist. Das Problem an der Sache ist nur, dass ich den Sand nicht abbauen kann, bevor ich das Glas benutzen kann. Deswegen ist das Einzige, was ich jetzt an der Sache weiß, dass ich, wenn ich hier den... Kann ich was essen gerade? Wenn ich hier den... Also noch mehr Sand, äh, abbaue irgendwo in der Wüste, dass ich den zumindest wieder bekomme. Das ist das Einzige, was ich hier mit Garantie sagen kann. Wir haben gerade mal so die Hälfte oder sowas. Okay. So, gut, dann machen wir uns mal daran, die ganze Kohle abzubauen. Oder nicht die ganze, aber zumindest ein Stück davon. Dafür hätte man jetzt vielleicht das Beacon gebrauchen können, hm? Naja, was will man machen? Drill und... Ist das der mit Fortune? Ja, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich jetzt hier irgendwas abbaue und dann... ...alles nicht so funktioniert, wie es geplant war. So. Ich muss jetzt nicht sagen, dass ich jetzt echt von einem Ganzen... Hat das Fortune 3? Ja. Von 64 Kohleblöcken nicht mal zwei ganze Stacks bekomme. Das heißt, ein... ...ein so'n Kohle... Huch. Ein so'n Kohleteil droppt nicht mal zwei im Schnitt, oder was? Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich würde sagen, Freunde, ich beende die Folge an der Stelle. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier weitermachen. Mit unserer... ...Guardien-Farm. Langsam nimmt's ja noch Form an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dir hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.